Petty würde mich hier niemals im Stich lassen. Vor allem, wenn der in der Höhle seinen Schatz vergraben hat, dann würde er sich die Höhle doch vorher angeguckt haben. Okay, es war nicht sein Schatz, es war eine Falle, aber... Alles weg. Mein Schiff, meine Crew, Petty. Ich muss irgendwie von dieser verfluchten Insel runter. Ist wieder was. Hat sich aber auch schwer mit diesem Klettermanöver hier. Haben sie ein bisschen umständlich gemacht. Wenigstens habe ich perfektes Wetter, um diese Insel zu erkunden. Wow, da geht's runter. Garganus, Makibeere, eine Fackel. Tolle Beute. Ach, hier hätte ich auch hochklettern können. Da unten ist irgendwas. Ach, bestimmt Kobolde. Ich habe ja auch noch einen legendären Gegenstand, der hier irgendwo sein muss. Der in den Händen von Kobolden sein sollte. Wo komme ich jetzt hierher? Wieder raus. Loll. Schon gut, ich tue dir nichts. Ja, ja, viele Menschen böse sind. Töte viele Gnome. Aber nicht viele Menschen auf Insel kommen. Wo kommst du her? Das ist eine lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich dir das ein anderes Mal. Oh, schade. Wo habt ihr Gnome unserer Sprache gelernt? Jeder Gnom muss lernen, bevor gehe auf Krannetravo, auf Grode Reise. Du meinst Große Reise? Äh, Große, ja, ja. Alles Stier in Buch bei Kahn. Was ist die Große Reise? Jeder Gnom ist erst echte Gnom, bin zurück von Große Reise. Muss finde Auri Kulki und bringe zu Kahn. Also jeder Gnom geht auf die Reise, um so ein Auri-Dingsbums zu finden, das er hierher bringt. Ja, ja, finde Auri Kulki. Wer ist Kahn? Kahn ist ältester Gnom auf Insel, ist weise und sehr schlau. Ich bin Piwi von Große, Matar Kahn. Jaffa ist Schüler, Kahn ist mein Lehrer. Mensch, rede mit Kahn und lerne. Kahn ist also euer Häuptling. Wenn ich ihn finde, werde ich mit ihm sprechen. Kahn in Große Höhle auf Berg. Was ist ein Auri Kulki? Ist ganz besondere Dingi, begleite jeder Gnom am Ende seiner Tage. Tote Gnome ohne Auri Kulki sind nutzlos, ohne Ehre. Moment mal, es ist also egal, was du sammelst? Hauptsache, es ist was Besonderes? Nicht egal, muss ein ganz schöner, toller Dingi sein. Dann hat Gnom Gran Hono, äh, große Ege. Gran Hono. Verstehe. Ich hab selbst kein Schiff. Jaffa ist sehr froh. Wieso willst du mit mir kommen? Jaffa gehe auf gefährliche, große Reise für Kahn. Starke Mensch passe auf Jaffa und Jaffa sammle Auri Kulki auf Reise. Warum sollte ich das tun? Jaffa kann bringe Dingi für Homi. Du kannst Dinge für mich besorgen? Wie meinst du das? Dingi ein anderer verlieren? Jaffa findet und bringe dir. Hm, so einen kleinen Sammler habe ich mir schon immer gewünscht. Hipp, hipp. Allerdings habe ich eigene Aufgaben und kann dich nicht begleiten. Mensch, nicht gehe mit Jaffa. Jaffa gehe mit Mensch. Wie kannst du mir helfen? Jaffa kann Bau, Farmotini Bodo. Äh, kleines Schiff, gute Floß. Du kannst ein Floß bauen? Wenn Jaffa kriege alle Sache, ich erhelfe. Was brauchst du für das Floß? Bringe zehn schwimmendes Holz, viel lange Leale und sechs Hände als Segel. Zehn Holzbretter und Fü ist fünf, ja? Fü? Fünf, fünf, ja. Also fünf Lianen und sechs Hemden für ein Segel. Habe ich verstanden. Eine Kleinigkeit wäre da noch. Hä? Wo kann ich das Holz finden? Dingi Marobordo. Holz treibe zu Strand von kaputte Boot. Nein, ich hoffe nicht mein Boot. Alles klar. Und woher bekomme ich die Lianen? Dingi Tala, hänge hoch in Dschungel an Bäume. Tutaki, nehme auf. Gno Casa Kafa, Gnome, lebe in Höhle, Höhle in Dschungel. Gut, mach ich. Wo kriege ich denn die Händen her? Rede mit anderen Gnome, sammle alle Dinge und tausche, habe auch Händen. Gno Casa Kafa, Gnome, lebe in Höhle, Höhle in Dschungel. Okay, danke für den Hinweis. In Ordnung. Du baust mir ein Floß und ich nehme dich mit. Mensch, gute Freund. Jaffa baut sehr gute Floß. Gut, dann sind wir jetzt Partner. Granne Huno. Jaffa ist sehr stolz, wird gute Hilfe sein. Ich nehme dich beim Wort. Mensch, folge Jaffa jetzt zu Dschungel. Jaffa bringe Mensch zu Casa Kafa. Verstehe, du bringst mich zu deiner Höhle. Ja, das hat er schon tausendmal gesagt. Gno Casa Kafa in Dschungel. Gut, ich folge dir. Diesmal sollte ich zur anderen Seite folgen. Aber ich wollte eigentlich noch die Stelle da erkunden, wo... Wo die Höhle war. Wo ich die Verbindung zu Slame verloren habe. So. Nur gehört, dass er die Waffe gezogen hat. Der Kleene. Irgendwie niedlich, der kleine Mann. Bist du hier noch was? Jar Jar Binks. Das steht da vorne. Ach, ich laufe einfach mal mit. Man kann sich hier schneller die Hauptquests... ...vom Rochsen, als man denkt... ...habe ich auf der Insel gesehen mit... ...Äh... ...Sebastiano und... ...Garcia. Oh, ich wollte dich nicht schlagen. Okay, er will da lang. So, ein bisschen abseits kann ich hier gehen, wenn ich hier Kräuter einsammle. ...und da mache ich doch bestimmt nichts verkehrt. Aber so wie fremde Höhlen erkunden, das wäre erstmal nicht gut. Da liegt er noch. Pulver. Ne, wie heißt das? Oleander. Yeah. Nu, mach schon den Mund auf. So, mein kleiner Freund, wo bist du lang? Oh, er ist sogar ein Stück zu mir gekommen. Bestimmt wegen dem Kampf. Oh, er will sogar hier lang. Ne. Wo willst du denn hin? Komm, komm, komm! Ein altes Schwert, eine Perle, etwas Gold. Karte der Insel der Diebe. Ich habe schon eine Karte bekommen, seilsamerweise. Ah, hier hinten teilt sich das Gebiet doch noch größer auf. Also habe ich vielleicht erst das erste Drittel der Insel erkundet. Da hinten ist eine Riesenkrabbe. Wow. Doch. Du wusst, dass irgendwas aufgekommen ist. So, mein kleiner... Hopp, hopp! Jip, jip! Ich folge dir unauffällig, wobei wir jedem Genom natürlich auffallen. Komm, komm! Hopp, hopp! Niedlich. So putzig, der Kleine. Sein Haus. Seine Gollum-Hütte. Hier ist Jaffas Kasa-Kammer. Ein Mensch braucht Halpo. Jaffa ist hier. Gut, dann weiß ich Bescheid. Achso. Er ist jetzt hier. Kein Buch zum Lesen? Okay. Er ist gerade nicht da. Rumtrank des Diebes und zwölf Gold. Ah, die erste Lianer. Ika, warte! Ika, warte! Pika! Wollen wir da tot an? Das ist ja eine Jahresmahlzeit für ihn. Der Dom ist ein Panther. Gehe ich jetzt erstmal zurück? Oder was mache ich am besten? Die nächste Hütte. Gefährlich. Oh, Mensch. Zeki bleiben. Nix erspart. Armer Zeki. Oje, oje. Furchtbar, furchtbar. Schlimme Sache. Ganz schlimm. Was ist los mit dir? Armer Zeki. Nix mehr wert ist er. Alles weg. Böse Diebe. Habe alles genommen, was Zeki lieb war. Zekis Leben jetzt kaputt. Ist doch nicht so schlimm. Du lebst doch noch. Die Sachen sind ersetzbar. Nix da. Mensch, ich habe keine Ahnung. Zeki, nur noch Hülle von Gnom ohne Sachen. Gnom ohne Dinge ist wie Mensch ohne Kopf. Okay, schon gut. Ich hab's verstanden. Wer hat dich denn beklaut? Böse Ameise. Bieste. Monster. Lebe in Höhle auf Felsen beim Strand. Ameise sind ohne Ehre. Ohne Stolz. Die haben nicht mal Arme. Wie wollen sie was klauen? Was wurde dir gestohlen? Alles weg. Wenn Zeki wenigstens noch sein Aurikulki hätte. Ohne Aurikulki. Zekis Leben ist nix wert. Kann ich dir vielleicht helfen? Hm. Vielleicht. Mensch, bringe Zeki das Aurikulki zurück? Aber Ameisenhöhle ist sehr gefährlich. Ich hole dir dein Aurikulki zurück. Zeki sehr dankbar. Jede Mensch letzte Hemd. Das ist genau das, was ich brauche. Was genau ist denn dein Aurikulki? Ganz besondere, schöne, goldene Hut. Mit glitzernden Steinen. Hört sich an wie eine Krone. Ja. Groh. Krone. Mensch ist klug. Mal sehen. Hier steht vielleicht etwas. Wie durch ein Wunder überlebte er den Schuss. Die Kugel wurde durch eine Münze aufgehalten, die er in der Brusttasche trug. Daraufhin beschloss er, die Münze für seine Reise ins Reich der Toten aufzubewahren. Hm. Ich kann hier so ein Kraut anpflanzen. Vor allem wie will er es ernten. Ist doch größer als er. Oh, eine weitere Liane. Ich hätte nicht gedacht, dass die Gnome hier freundlich sind. Da komme ich nicht rein. Ist ja süß, da oben ist auch noch so eine Höhle. Das haben sie ja lustig gemacht hier mit diesen kleinen Türen, die überall lang gehen. Oh, eine große Truhe, die nicht verschlossen ist. Grog und zwei Gold. Nichts. So. Achso, ich wollte ja noch nicht schnell Reise machen. Weil dann der schöne Tag so schnell verschwindet. Und dann geht's. Vielen Dank.